Oh, seht her, Powerpuff Girls. Ich halte hier euer allerliebstes Townsville in meiner Hand. Mojo, wie hörst du... Eigentlich ist es mir egal. Ich puße dich schnell weg und bring's hinter mich. Nein, nein, warte! Mojo ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Und was willst du? Mojo bittet dich nur um eine allerletzte Chance, dir zu beweisen, was für ein großartiger, böser Assistent Mojo sein kann. Na gut, eine Chance. Und wenn du die vergeigst, puste ich dich weg. Okay. Ich präsentiere den großartigen und mächtigen Mojo de Jojo. Ist das dein Ernst? Letzt folgt mein erster Trick. Was ist in meinem Hut? Jetzt mach schon. Oh, ein Lesterposter. Was für ein attraktiver Kerl. Hm, stimmt. Ich frage mich, was ich wohl diesmal finde. Wow! Einen Lester-Party-Ballon. Also das ist mal eine Party, die ich nicht verpassen will. Hahaha, seh ich auch so. Hm? Hier ist eine letzte Sache versteckt. Und die wird dich echt von den Socken hauen. Aber ich brauche da ein bisschen Hilfe. Hm, lass mal sehen. Ach, Lester. Wir hätten gemeinsam Magie versprühen können. Mojo, du kannst mich niemals besiegen. Mojo weiß, dass es nicht kann. Aber Sie können helfen. Das fühlt sich jetzt ernüchternd an. Den da nehm ich. Danke. Trick! Dieser jämmerliche Affe hat recht. Ihr drei werdet mir früher oder später ein Dorn im Auge sein. Es ist besser, wenn ich euch sofort auslösche. Tada! Stopp! Was? Taucht ab! Was geschieht hier? Wieso habe ich denn keinerlei Macht über die Herzsteine? Moment mal, natürlich hast du das nicht, sondern wir. Ja, weil wir die Herzsteine gefunden haben. Und deshalb gehören sie uns. Wir haben den Cerberus besiegt. Wir haben das Rätsel der Qualle gelöst. Ich habe meine Angst vor dem Alleinsein überwunden. Autsch! Nichts passiert. Ich, ich, ich habe euch einmal besiegt und das gelingt mir nochmal. Ich glaube, wir zeigen unserem Läster mal, was echte Magie ist. So, Mädels, jetzt können wir Läster mal zurechtstutzen. Und Sie haben also ein Auge auf Läster von Loser? Oh ja, er macht sich sicher gut auf der Badezimmerablage. Tja, die Stadt ist wieder hergestellt und alles ist wieder ganz normal. Dankeschön! Oder nicht, denn Mojo ist von keinem der Partner. Mojo ist ein Anführer. Tja, lasst uns fliegen! Wir sehen uns beim nächsten Mal.